Hallihallo und Hallöchen. Wie, bist du etwa eine Anpackerin oder Anpacker? Mit Hirn? Für hochmoderne Produktionsanlagen und hast ein Herz für Menschen? Dann ist die Ausbildung zu Maschinen und Anlagen Führerin oder Führer bei Berlin Chemie genau das Richtige für dich. Denn Berlin Chemie hilft erkrankten Menschen mit ihren Arzneimitteln. By the way, das Unternehmen hat 130 Jahre Tradition und ist trotzdem hochmodern. Respekt! Damit Tabletten, Dragees, Kapseln und flüssige Arzneimittel in die korrekte Verpackung kommen, braucht es die Maschinen und Anlagen Führerinnen und Führer. Schließlich sind Arzneimittel sensible Produkte. Am Anfang stehen lose Tabletten in Kisten, Gebrauchsinformationen und Vollschachteln. Am Ende stehen fertig verpackte Arzneimittel bereit für die Abholung und den Versand. Und zwischendrin eine Anlage für die Verpackung fester Arzneimittel, 20 bis 25 Meter lang und vollgestopft mit moderner Technik. Und es gibt einige davon. In der Verpackungshalle bei Berlin Chemie. Und du als Maschinen- und Anlagenführerin oder Führer richtest diese Maschinen und Anlagen ein und bedienst sie und wartest sie. Und wenn mal eine Störung vorkommt, dann suchst du den Fehler und behebst ihn. Klaro. Also, wenn du moderne Technik liebst, gut in Mathe und Physik bist und handwerkliches Geschick hast, dann sehen wir dich hoffentlich bald bei Berlin Chemie als Maschinen und Anlagenführerin oder Führer. Na klar, oder? Na dann, bis bald!